Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial zum Farming Simulator 17 oder auch Landwirtschaft Simulator 17. Der eine oder andere hat mich jetzt auch schon angesprochen, wie funktioniert denn das mit diesem In-Game-Radio? Wie kann ich da eigene Sender hinzufügen oder wie kann ich da eigene Musik hinzufügen? Dazu ganz wichtig, ihr müsst in euren Spieleordner gehen. Denn eigene Dokumente MyGames Farming Simulator 2017, da wo auch der Mod-Ordner ist, eure Save-Game-Ordner etc. pp. Und dort befindet sich ein Ordner, der nennt sich Musik. Das klingt schon mal sehr verdächtig. Da gehen wir einmal rein. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel so wie hier mit dem Lied, was ihr gerade im Hintergrund hört, eine MP3 oder natürlich auch mehrere MP3s reinschieben. Da gibt es eben diese Datei, die bearbeiten wir hier einfach mal kurz. Ihr seht hier mit SimLive Radio habe ich das hier schon mal gemacht. Also hier sind so drei Beispieldateien. Da müsst ihr einfach nur hier am Ende die zweimal Minus und am Anfang die zweimal Minus und das Ausrufezeichen wegnehmen, damit der aktiv ist. Und hier in die Mitte dann die Adresse eures Radiosenders eingeben. Ja, und hier gibt es drei Formate, die erlaubt sind. Also das Ganze muss hinten enden mit .m3u, mit .mp3 oder mit .pls. Das sind die drei Dinge, die erlaubt sind. Also einfach zu euren Lieblingsradiostationen gehen, auf die Website, dort schauen, welche Streamingadressen bieten die an. Wenn da sowas dabei ist, einfügen. Am Ende natürlich noch auf Speichern klicken, Spiel neu starten und sich anschauen. Im Normalfall sollte es funktionieren. Zumindest hier bei mir bei SimLive Radio hat es wunderbar funktioniert. Direkt auf Anhieb und ja, ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen. Falls trotzdem noch Fragen sind, ab in den Kommentarbereich damit. Über Daumen würde ich mich freuen und ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao.